Iiiiaba-jaba-du, meine kleinen Kings. Und herzlich willkommen zu How to Survive Storm Warning Edition. Und das kann ich natürlich nicht alleine machen, sondern mit unserem Überlebensexperten... Knäcke. Knäcke, ja. Ähm, wir spielen die Demo-Version mit... ...2-Spielen? Äh, wer bin ich? Ähm, ich hab das schonmal mit Bauer versucht auch zu nehmen, weil der Hass-Survival-Spieler. Ich nehme mal hier den lieben Kenji Oh, hat sich Abby genommen, weil er die geil fand Ich nehme Ja, was denn auch so hier Ich nehme da doch lieber den Den Jack Ein bisschen Jack S, weißt du, so ganz Wir hören hier ohne Ton, weil das geht ja nicht Sonst hört ihr das doppelt und da habt ihr echt kein Bock drauf Da sehen wir das coole Gif vom Totenschädel Okay Und wir sind live Okay Wir sind bereit Da liegen ja schon so ein paar Es ist eh Kadaver Abra Kadaver Erstmal sprechen Mmh Bitte Ich brauche ein paar Hilfe Ich wurde attack Ich bin exakiert Es gibt monstros überall auf dieser verdammt Einige mich folgte und mich auf dieser Bühne Ich habe versucht, zu töten von ihnen zu töten Aber, schau, die Scheiße haben mich gebeten. Hör, ich weiß, dass es hier distanzte Pflanzen gibt. Du musst mir eine bringen. Es sollte die Schmerzen. Bitte, bleib schnell! Okay, das machen wir mal. Okay, das machen wir mal. Okay, Heilpflanze, hast du gesehen, wie die aussieht? Hier ist eine. Oh, die hast du gut gefunden. Oh, die hast du gut gefunden. Aber sie sind ziemlich gute Schmerzen. Du brauchst sie selbst. Hier ist... Dann... Hilft ihr uns jetzt? Okay, wir sprechen nochmal mit ihm. Um, das ist nicht möglich zu gehen. Viele von uns haben wir, verletzten wie diese verdammten Monster. Right now, mein Freund Ramon ist alles, was ich habe. Die resten sind entweder... dead oder... ...Walking dead. Ramon ist verletzt und kann gar nicht move. Ich lege ihn nahe zu unserem Boot, während ich zu finden. Bitte find ihn. Tell ihn, dass ich verletzt und hier bin. Und du... ihn findest du auf dem Meer. Auf der westlichen Seite des Islens. Hör. Sei vorsichtig. Wirklich vorsichtig. Das Islens ist mit diesen verdammten Monster. Hier. Geh diesen Stich. Du brauchst ihn, um zu überleben. Das ist Breaking Bad. Ach. Du hast einen Stock. Ja, mit L2 kannst du rennen. Ja. Okay, was ist das hier? Ah, ausrufen. Einen rechten Stick, um mein Ziel anzuvisieren. Das probiert Sneaky gerade noch ein bisschen aus. Mal gucken. Und Fireplace. Den brauchen wir bestimmt auch noch. Oh, hier. Sieht es interessant aus. Doch. Was ist das ein? Harpunengriff. Oh, das klingt nicht schlecht. Hm, das ist dann hab nix. Okay. Ne, das ist... Mal sehen, was es ist hier. Zwischensequenz. Kovac's Rules. Introduction. Greetings. If you are reading this, you are probably afraid for your life. You will be lost and hungry. And if you have not already, you will soon encounter the many zombies who live here. Please, stay positive. The situation is desperate, but not lost. Thanks to my survival guide. You will get through this. My guide is a thorough training program to help you survive the most extreme environments. It contains all you need to combat the zombies. Good luck and see you soon, survivor. Remember, unarmed combat is useless against these monsters. Always use a weapon. Ich habe einen Stock. Ich nix. Und einen aus Holz. Da liegt noch einer. Nein. Da. Ein bisschen weiter vor. Was ist das denn hier? Da, Feuersteinstücke. Da. Da liegt ein Holz. So. 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 Nicht mich hauen. Doch. Ich krieg auch Schaden. Blödes Ding. Nicht mich hauen. Da meinst du gar nicht. Doch. Guck mal, wie viel Schaden ich schon habe. Und ich wurde von keinem Zombie getroffen. Guck mal hier. Und... Du hast mich eben schon wieder zweimal getroffen. Da musst du echt aufpassen. Da musst du echt aufpassen. Das kommt immer auch mit diesen ganzen eingesammelnden Sachen. Ich habe eine Heilpflanze. Das ist schon mal gut. den undnötigen Scheiß hier. Hier. Und ich kann damit auch irgendwas machen. Hier. Auch wieder was. Zu Datenhelm. Ich hätte diese ganzen Sachen kann bei einem Kiep. Wie bist du ein Inventar gekommen, hier, ah, hier, reiss. dann okay verletzen soll daten ich auch Feuerstein nach dem Feuerstein kannst du mit dem Helm kombinieren ist ein bisschen besser Kovacs rules chapter one close combat here are some basic rules you have to keep in mind when you have to confront a monster during close combat use the right stick to aim oh bogen you still can move while aiming hold your strike to increase its damage press the x button when kill appears above a hurt monster to make an instant kill oh god das mach ich schon immer das mit dem töten hinweis und so das mach ich schon immer nein sorry warte mal kurz du hast ja gesagt man kann das hier kann man das hier kombinieren nach mir habe ich gerade gar nicht okay ich hab das schon wieder oh dort oh trinken oh Gott oh Gott beide betrinken ja so haben die am besten gehen wie ich gehe nochmal rein um zu tun und zu tun okay da lag noch gar nicht was ich will schnell was und wo okay was ist das die leere Flasche okay die kann ich bestimmt verwenden hier mit 1 okay es ist schon mal gut bringen wir auf das Ding ja wir haben auch doors ganz normal oh rückzahl hier zack boni zack hier auf der oh ja der war gut um die Fresse geht hier das stück ich doch schon wieder warte komm die Filter oh richtig schön WWE mäßig Heilpflanze habe ich okay direkt einsetzen wir müssen wir müssen vor allem wir dürfen nicht so auf die Zombies zu zack muss man mal treffen den hast du schön erwischt okay ganz vorsichtig so am besten sie bemerken uns nicht ja da hat der super funktioniert ja aber ich habe noch einen Soldatenhelm gefunden warte noch einen Soldatenhelm kannst du mir mal einen geben damit wir mit Feuerstein ja warte geben jetzt hast du den boah cool zusammenfügen mit Feuerstein mit Feuerstein hast du einen verbesserten Helm habe ich kein Abi auch Feuerstein kann man sonst hier auch was ne kann man hier nicht zusammenfügen okay dann kann ich ja mal Helm mit Feuerstein aber es sieht schon mal besser aus hier liegt doch bestimmt auch noch was oder ne warte ich kann ich hier ich glaube ich kann es was kaputt machen das war ja so eine Tür warte ich mach kaputt ach so schon da ja Druckluftflasche und die kann ich bestimmt kombinieren hier mit 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 zusammenfügen oh da kommt ja was und wir fertige vollautomatische Waffe ok ja wir haben den Typen gefunden aber bevor wir ihn ansprechen machen wir eine kleine Pause zwischen den Folgen und wir sehen uns gleich wieder wenn es wieder heißt how to survive storm warning edition das ist das ist vor hin